Hey Leute, willkommen zum dritten Part von Let's Play Kingdom Rush 2 Wir haben jetzt das letzte Level auch bekommen mit 3 Sternen, perfekt Hab es auch mit dem Helm mittlerweile verstanden Das hab ich hier unten entfernt verstanden Ok, die sind nur mit Online Ok, hier gibt es auch noch was, weil das auch was geht Dann weiter mit dem nächsten Level Das ist wieder viele Plätze, ist gut Ok, die Gegnerung von da Das heißt, ich werde mich möglicherweise hier positionieren Hier kann Geld mehr Gelb noch auf der Bank, bin schon wieder blank Oh, rein mit des Tons Was mit dem? Vielleicht den getötet IH! Ok, ganz gut zu wissen Wenn ich öfters drücke, scheiße die Ja, das ist auch immer geil Verdammt Jetzt machen wir den iPad da oben Die sind... Das ist doch so ein Star Wars Level, oder? Das sind doch diese, ähm Auf Teil 2 glaube ich Die bei den modernen, mit Luke Skywalker da Was gemacht haben Hilfen die mir? Sieht so aus Und das Ding Weiß ich nicht was das sein soll, aber Das sieht auf jeden Fall witzig aus Wir holen uns auch nochmal so ein Ding Können wir auch mal... Hallo? IH! Tja, das ist einfach mal so Aber da kann es mal drücken Ähm... Besonders ein Gate zusammenkommen mit dem Level Bin ja auch gerade im Moment in die Pleite So... Kommen sie von beiden Seiten die Gegner Kommen sie von beiden Seiten die Gegner Kommen sie von beiden Seiten die Gegner Na, das ist noch so wieder zu früh So ein paar Gegner mit dem Armageddon Entschuldet So, bei der 3 von 10 gibt es anscheinend 10 Grunnen Das ist ziemlich viel So sollte ich mir gerade das hinbekommen So sollte ich mir gerade das hinbekommen So sollte ich mir gerade das hinbekommen Das sind ziemlich viele Wegner Und wenn ich oben noch mal ein paar Leute hinstellen will ich hier oben noch mal ein paar So dann bin ich mit der Runde fast fertig, auch schon sehr viel von den Händen Es kommen welche legen scheiße Die sind nicht gut Verdammte ja, jetzt habe ich schon ein paar Leeren voraus, also ich kriege wahrscheinlich keine 3 Sterne in der Runde So, ja, scheiße, jetzt bin ich direkt gemessen So, das Level verliere ich Das klappt alles nicht Okay, voraus habe ich die Runde verliere oder ganz knapp gewonnen Wenn ich sie gewinnen sollte Ich habe hier eine Herausforderung bekommen, aber hier sind echt viele Ich bin schon wieder einer durch Ich brauche auf jeden Fall mehr Leute hier, es ist alles zu wenig 5 Leeren habe ich schon verloren auf 5 Runden Ich glaube das sind immer lebe ich mir nicht Einfach nochmal hier hin und hinsetzen Weil in der nächsten Runde sehr viel gekommen wenn überhaupt dann muss ich hier beide auf einmal setzen und bringt das nicht viel die halten sinnlich viel aus ja die schießen überhaupt nicht auf die Gegner irgendwie ich weiß jetzt nicht mehr wie die heißen jetzt kommen sie alle oben jetzt kommt die hauptsächlich nur oben so mein Held ist Level 3 kommt der wird auch noch Level 3 oder ja er ist Level 3, gut was kann der Wimmer machen oh, ja ich dachte es kommen so ne Runden, jetzt hab ich verkackt ok, die Bühne ist auch nicht unten ok, die Bühne ist auch nicht unten kann man noch schnell, ich brauch das noch schnell da oben rein perfekt und dann mal wieder machen und der Headlocker hier kommt jetzt nicht wieder lassen irgendwas auf na jetzt wieder laufen und anscheinend braucht man nur eine bestimmte Zeitung wieder zu kommen interessant so unten kommt sie durch aber nicht ganz bis zum Ende, nur bis zur letzten Beteiligung ich glaub ich glaub ich glaub ich jetzt ein bisschen mehr auf die Drücken wir machen, nur glaub ich auf die weil die Türme brauch ich eigentlich nicht ja das gleich nochmal alles zurücksetzen mit den Skill Points und so und das dann auf die Drücken oder auf die Ritter hier machen der ist schon wieder tot na 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 n ja und na na b na 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 da бу So, der wird erstmal da rumstehen. Der Felser dauert lange irgendwie. Ja, ist schon ein Problem hier gerade. Ich habe ein bisschen wenig Truppen hier oben. Der Felser kommt hier durch, glaube ich. Und... Durch werden kann ich nicht mehr. So, und noch ein. Hier muss ich dann... Und wir rufen die auf den höchsten Leading, das hier für Feedbacks. So viele Gegner. Ich werde das Level aber glaube ich schocken. Aber auch wohl... Ziemlich niedriger Wunder. Ja, okay, das waren die Vorletzte. Aber das erste Vorletzte. Und ich sterbe gar nicht. Meine Truppen sind zu schwach, um hier irgendwas zu machen. Okay, weil so ein Gegner zu stark. Nee. So. Mal gucken, ob das irgendwas hilft. Sieht nicht so aus. Ja. Wir kommen durch. Das ist... Viel zu viel. Da kommen noch mehr. Es sind zu viele Gegner. Zu viele Leute habe ich nicht. Mal abgehen. Mal einfach noch was geht. Weil die beiden kommen durch, glaube ich. Ja. Ja. Ich bin tot. Oder... Schaff ich es? Sieh mir Leben. Sechs, fünf, drei. Die wäre ne knappe Sache. Und das die niedrigste Stufe. Das sind eindeutig zu viele Resen. Das sind schon die letzte Welle. Da darf einfach keiner mehr durchkommen. Wir verteilen, was geht. Ich gehe mal auf die Seite von Kildino. Ich glaube, oben ist es knapp, wenn wir zu oben nutzen. Ich gehe mal abholen. Und bei Bauern hinsetzen. Ich gehe mal abholen. 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 Das ist zu viel für mich. Ich komme nicht klar, dass es zu schwer ist. Ich gehe mal abholen. Das war es. Da kommen auf jeden Fall welche durch. Ich bin tot. Bei welche durchkommend bin ich inzident tot, weil drei Stück ist nicht viel. Und da kommt perfekt drei durch, glaube ich. Na einer? Nein? Doch einer kommt tot. Einer kommt tot. Dann darf man ruhig gucken. Also machen wir was geht. Sollte es geschafft haben mit einem Leben, ist ganz schön knapp gefehlt, äh ganz schön knapp gelevelt worden. Ja, ich hab's geschafft. Boah. Kommt im Finale noch einmal ein Scheißen hier. Nice.